Dreh mal auf, Junge. Drehst du mal auf, Alter? Du musst den Bass checken. Kauabunga? Ja, genau. Kauabunga? Ja, genau. Alter. Ja, Dinger, das ist ein Zefraschreifen. Wir haben den Adam Agro gesehen. Ja, jetzt hat er ihm gegeben. Und außerdem, es gibt doch noch nichts im Pool, dass wenn jemand auf dem Zefraschreifen und dass du ihn vorbeilassen musst. Das gibt's nur in Deutschland. Und hier gibt's dann sonst Zefraschreifen. Ne, ist wirklich so. Es ist nicht hier Pflicht. Immer diese aggressiven Deutschen hier. Stimmt überhaupt nicht. Unfassbar. Spaß die Kinder, Alter. Okay, wir sind auf.